Hallo meine Lieben, heute bin ich wieder mal später abends hier in Söderdusser ist dunkel, noch als Malermeisterin, aber auch als Künstlerin unterwegs. Und ich habe ein tolles Projekt vor mir und meine Kundschaft kriegt von mir diesbezüglich Entwürfe. Und jetzt mache ich als allererster so eine Musterplatte, um mir das anschauend schön operieren zu können. So, und was mache ich jetzt gerade da? Also diese Platten, die sind ja uralt, die habe ich noch, mein Gott, ich glaube vor 20 Jahren irgendwann einmal wunderschön überzogen und lackiert. Und das ist natürlich nicht wirklich notwendig, aber ich habe sie jetzt gerade umeinander, sie sind stabil, sie sind groß und da kann ich nachher dann auch entsprechend was sorgen. Und vor allem möchte ich ja wirklich, dass man sieht, was ich da kreativ, künstlerisch, handwerklich umsetzen kann. Und ich habe sie nicht mit, was ich da kreativ, künstlerisch, handwerklich umsetzen kann. Und ich habe es noch nicht mit, was ich da kreativ, künstlerisch, handwerklich umsetzen kann. Vielen Dank.